Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play NHL 16 hier bei BecauseGaming is Fun im Saisonmodus mit den Hamburg Freezers Hallo, vielen Dank fürs Einschalten Warum habe ich nochmal Hallo gesagt, ich weiß es nicht Und wir sind bei Folge 1 nach dem Runterstellen des Schwierigkeitsgrads Ich habe mich jetzt echt dazu heruntergelassen auf Pro runterzustellen Wir spielen gegen die Iserlohn Roosters, die sind momentan auf Platz 2 in der Tabelle Und ich hoffe immer, dass wir jetzt eine Chance haben Ohloi, alles klar, Spiel starten Ich muss ja erst zu dem Tag hin simulieren Weil wenn wir jetzt keine Chance haben, dann ist heavy Dann ist richtig heavy Die Freezers haben ja am Sonntag einen fulminanten Sieg gegen die Eisbahn Berlin erzielt 3-0 Sieg, Kotschnev hatten, äh, ja doch, Kotschnev hat einen Shutout feiern können War sehr nice Oh, warte mal, ich muss Leider stehen Ja, erstes Pulli schonmal verloren Alles klar Richtig schöner Check von Schuberter So, zu ihm wollte ich den Pass spielen Erster Schuss von Flake, Piccard kann halten Ich bin jetzt mal gespannt Eigentlich sollte das jetzt ein Selbstläufer werden Aber wir gucken mal Ob den wirklich so ist Wenn wir jetzt noch Probleme haben, dann sehe ich Echt keine Hoffnung mehr für uns hier im Saisonmodus Alles klar, Lucky So, wir setzen erstmal ein paar Warnschüsse ab hier Jetzt ist Matzen mit Dupree und Müller auf dem Eis Ja, ich habe ein kleines Problem, ich habe keine Anspielstation Aber da ist sie Oh, Matzens Schuss wird geblockt Phil Dupree, verdeckter Schuss, aber den hat Piccard auch noch Das war ein schlechter Passing gerade Oh, fuck Caron mit einem schönen Pokecheck vorm Tor Und jetzt Marcel Müller Hämmer drauf, wird aber geblockt Ah, Pass zu Phil Dupree kommt nicht an Alter Leute, das ist doch nicht mehr feierlich Selbst auf Pro kriegen wir noch aufs Maul Alles klar Also schauen wir doch mal Dann schauen wir doch mal Wie dieses Spielfighter verläuft Ist ja noch das Erste drin Da ist noch nichts los Ah, schade Komm, der passt zu Opi nicht an Ach komm, das gebe ich jetzt ernsthaft ein Icing Da hätte er problemlos rankommen können Aber gut Michael Davis verliert das Bulli Dann spricht er dann Puck vorbei Puck kommt trotzdem zu Thomas Oppenheimer Der kriegt keine Verstärkung da Passt zum Mitchell, kommt es nicht an Der geht rein Schießt, aber übers Tor Eieieiei, das war aber mal ein Hammer von Klaassen, da Benjamien sind jetzt vorm Tor Mit einem guten Schuss gegen Picard Schade Guter Versuch Und wieder Zintech Auf Surtich Der nochmal zu Zintech Der nochmal zu Surtich Das waren eben gerade keine gewollten Pässe Das waren alles Schussversuche Die dann immer abpraller waren Und da haben wir einen Foul begangen Beinstellen Von daher jetzt Powerplay für den Gegner Für die Iserloon Loosters Aber wir können uns befreien Und Phil Dupuy ballert einfach mal drauf War gar nicht mal verkehrt Picard hat Probleme Schöner Check da von Phil Dupuy Schöner Puck eigentlich geholt von Dupuy Jason Jasper ist da jetzt auf dem Weg nach vorne Oh fuck, am hinteren Pfosten steht keine Sau Hab ich gerade gesehen Alles klar So, Phil Dupuy jetzt auf dem Weg nach vorne Passt zu Müller Kommt nicht an Äußerst ärgerlich Ja, läuft bei euch Na, was mach ich denn hier? Okay Alles klar Ja Kann man mal machen 2-0 Iserloon Warum bin ich denn so ein hoffnungsloser Fall in der DEL? Was ist denn los? Leute, mach ich was verkehrt? Was mach ich falsch? Erzähl's mir Ich versteh's nicht, was ich falsch mache Ich geb mir doch alle Mühe Trotzdem lieg ich selbst auf Pro 2-0 hinten So, Schubert hat sich da den Puck schön geholt Schlagschuss von Schubert wird einfach mal ganz locker geglockt Oh fuck Oh fuck Oh fuck Ja, so war's Ja So war's Alter Schwede Alter Schwede 3-0 hinten auf dem Pro-Schwierigkeitsgraf Und dann treff ich den Puck wieder nicht Meine Leute treffen das Tor nicht Was soll ich denn machen? Schöner Versuch von Phil Ludwig Aber auch der wird aufgehalten Wie die einfach ihre Pässe spielen können So Michael Davies jetzt mal Auf die Rückhand Aber Picard hat auch den Meine Güte ey Ich probier doch echt alles Was in meiner Macht steht Aber wenn dann selbst solche nicht reingehen, wa? Was soll ich denn dann noch machen? Und Festerling trifft das leere Tor nicht Er trifft nur den Pfosten Und dann kommt ein Pass wieder nicht an Irgendwie fuck mich der Saisonmodus heute Äh Dieses Jahr richtig hart ab Das ist ja nicht feierlich Was ich hier verbocke Und nicht hinkriege Und hast du nicht gesehen Und da kommt der Goalie noch ran Auf jeden Fall So Julian Jakobsen jetzt Über zu Zintech Und auch der scheitert wieder an Picard Hey Komm wir machen mal ein bisschen Pressing hier Das geht mir gerade so hart auf den Sack Achso Der Pokerjack trifft nicht 17 Paraden hat der Typ heute schon wieder Ja Es klappt einfach nichts Es klappt einfach nichts 3-0 nach dem zweiten Drittel Wow Also macht das auch keinen großen Spaß Ich verstehe nicht warum das so ein großer Unterschied ist Auf NHL Niveau klappt es doch schließlich auch alles Und da spiele ich ja sogar noch gegen richtige Gegner Ja Och das ist doch jetzt langsam ein Witz Ey Meine Pässe Bei ihnen geht's What the fucking hell war das? Habt ihr gesehen wie der Puck weggeflogen ist? Ja sicher Ja Was von Schubert kommt nicht durch Aber dass Schubert so ein Tast nicht durchbringt Das ist schon wieder eine Frechheit Warum hat sich Werler jetzt bewegt? Ich hab meinen Controller keinen Stücken bewegt Ich hab meinen Controller keinen Stücken bewegt Wow, was ein Glove-Safe! Oh, die Hände sind schneller als ein Glove Great Save! The Roosters get the Puck with just a few seconds left on their power play The Freezers with a big penalty kill Ich weiß nicht mal mehr was ich hier kommentieren soll Es macht so einfach nicht sonderlich viel Spaß Wenn halt nix klappt Und es klappt einfach nix Die Poke-Checks treffen nicht Und bei denen funktioniert jeder fucking Angriff 4-0 Wir kriegen eine richtig harte Klatsche schon wieder Ich komm nicht darauf klar Und so ein Kritzer auch, total verdeckt Meine Fresse Ja, hat er auch wieder Alter Schwede Der kommt nicht mehr aufs Tor Den kriegt Salonen nicht kontrolliert Und das ist tatsächlich mal eine Strafe gegen den Gegner Meine Güte fürs Haken So, Powerplay Können wir da was reißen? Vermutlich nicht Weil meine Leute nicht mal das fucking Tor treffen Na bitte, endlich mal Flake mit nem schönen Schlenzer An den Innenpfosten und dann rein ins Tor Bringt nur nix, da wird drei Toren weiterhin hinten liegen Und ich wage jetzt einfach mal zu zweifeln Guck mal Allein dass sein Mann da schneller ist als meiner Und so ein Hader, natürlich Auf jeden Fall Nein, wir wollen uns keine Highlights von dem Typen angucken Naja, wir liegen immer noch mit drei Toren hinten Noch etwas über sechs Minuten zu spielen Es ist leider leicht unwahrscheinlich, dass wir das Ding noch drehen Oh Gott, komm Wenigstens ein bisschen Kampfleistung hier Ja 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 Wie wir nicht das Tor treffen Ja Ganz genau Wie kann man von da übers Tor schießen? So, jetzt ist er wieder alleine auf dem Weg nach Tor Aufs Tor Und macht's nicht Eine Güte Darf ich aber chat besser jetzt? Nein, doch nicht Ja Komm schon Mann ey Das ist doch kack hier Die können keine Ahnung was für Pässe spielen Und ich krieg nicht mal den einfachsten hin Und dann ist da schon wieder ein fucking Tor Alter, ich krieg hier ein zu viel Ja Ja Guckt wieder weg Und das gibt eine verzögerte Strafe gegen Schubert Wegen Behinderung oder Charging oder was auch immer Bundencheck diesmal Und selbst so einer ist nicht drin Das ist Ey Leute, ich verzweifle hier Bitte, schreibt mir in die Kommentare was ich tun kann Mir gehen die Ideen aus Ich hab schon Schwierigkeitsgrad runtergestellt und krieg trotzdem noch so hart aufs Maul wie vorher auch Warum laufen meine Leute immer am Puck vorbei Ja Und der Check trifft wieder nicht, passt Schuss, Tor Ja 6-1 Und selbst so einer kam da nicht mal durch Ey, ich Was soll ich machen, Leute? Was soll ich machen? Kann ich was machen? Das gibt's doch einfach nicht Wir sind immer noch auf dem zwölften der Liga Das kann doch langsam gar nicht mehr sein, so scheiße wie wir spielen Ich bin tatsächlich auf Pro Darunter ist nur noch Rookie Bestimmt nicht Was könnte ich denn noch machen? Sorry, wenn das jetzt gerade laut ist Hier fliegt gerade ein Flugzeug vorbei Ich hab keine Ahnung mehr, Leute Ich könnte... Nein, aber ich will's da drauf lassen Wir haben zwei von neun Spielen gewonnen Zwei Das ist lächerlich Naja, Tabelle Weiß ich gar nicht, ob ich mir die angucken möchte Sowas Grausiges Zwölfter Platz Mit 8 Punkten Hinter uns sind nur noch München und Krefeld Bei der München drei Punkte bei neun Spielen Was ist los? Ich versteh's nicht Leute, schreibt mir mal in die Kommentare Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt Es geht mir hart auf den Sack gegen Iserlohn 6 zu 1 zu verlieren Das ist ja nicht mehr feierlich Ich danke euch jetzt trotzdem viermal fürs Zusehen Und würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet Wir sehen uns Sonntag wieder Haut rein, bis die Tage, tschau Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal